So, Sweet Dreams, Nebleria, dann Soul Gaia, Booster, Kipzuri, Kipzuri und Bahamas, aber auch einer der besseren Routerrares, oder ich glaube vielleicht sogar die beste Routerrares, die man ziehen will, Bistiel, Dispartha, sehr coole Karte noch wieder, also Artwork, ich finde es aber auch mega, das ist auch so, wichtige, aber es ist schon was dabei gedacht, man zerstört einer.